Wo ist der Latest Shit? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist der Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe hier so ein paar Prints, so ein paar Poster, aber das ist es noch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich doch daran nicht mehr erlabern, es muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone. Das ist alles so eine Komfortzone.